Hallo liebe Videofreunde, heute mal ein Video aus meiner näheren Umgebung oder eigentlich ganz nahen Südvorstadt West in Dresden. Am Anfang tun wir mit der Zionskirche. Die liegt gleich bei mir gegenüber. Die Geschichte der Quirche ist eigentlich die, dass der Maschinenbaufabrikant Johannes Hampel, dessen Fabrik sich in der Zwickauer Straße befand, verfügte im Jahr 1896 testamentarisch, dass sein Vermögen von etwa 750.000 Mark, kaufkraftbedingt in heutiger Währung knapp 6,4 Millionen Euro, an die Stadt Dresden übergehen sollte. Unter der Bedingung, dass dafür innerhalb einer Frist von 5 Jahren eine evangelische Kirche im Dresdner Südviertel gebaut und er mit seiner Frau unter dem Dach der Kirche beigesetzt werde. Würde dieses nicht in der Frist umgesetzt werden, so fiele das Vermögen ohne weitere Zweckbestimmung an die römisch-katholische Kirche. Am 5. November 1901 wurde, um die Frist einhalten zu können, an der Nürnberger Straße, Ecke-Hohestraße, zunächst der Grundstein für eine Kirche gelegt, deren Vorhaben bis dahin im Volksmund den spöttischen Namen Hampelkirche trug. Um diesen Begriff zu tilgen, bekam sie bereits zur Grundsteinlegung den Namen Zionskirche. Ein professorischer Holzbau folgte wenig später. Die Zionskirche, auch Zionistenkirche oder alte Zionskirche genannt, ist eine von der Stadt Dresden als Lapidarium genutzte Kirchenruine im Stadtteil Südvorstadt. Die evangelisch-lutherische Zionskirchengemeinschaft erhielt im Tausch gegen das im Zweiten Weltkrieg ausgebrannte und zu großen Teilen eingestürzte Kirchengemeinde ein anderes Grundstück, auf dem 1981-82 die neue Zionskirche errichtet wurde. Des Weiteren existiert unter dem Namen Zionskirche, die evangelisch-methodistische Zionskirche in Dresden-Striesen. In dieser Kirche sind Bruchstücke von Gebäuden und alles, was noch nicht zugeordnet werden konnte oder restauriert werden, wird gelagert und werden dann ihrer Bestimmung zugeführt. Jetzt sind wir schon am Nürnberger Platz. Früher war hier die Haugaststätte Nürnberger EI, die mir eigentlich lieber war als dieser rote Turm, der da jetzt steht, dieses Begrüßungszentrum von der Uni. Hier ist bis jetzt noch eine Gleisschleife der Straßenbahn, was sich aber bald ändern wird, weil die Straßenbahn geht die Nürnberger Straße lang, wie wir sie auch gerade gegangen sind, über die Nürnberger Brücke bis zum Stadtteil Löpptau. So ist der Plan. Also wird dieser ganze Teil der Straße und auch die Brücke erneuert werden. Sollte eigentlich im Herbst letzten Jahres losgehen. Bis jetzt ist da noch nicht so viel zu sehen, außer dass vom Kraftwerk Fernleitungen neu verlegt wurden. Ich kann da jetzt nichts Näheres dazu sagen, woran das hängt. Aber meistens hängt es ja am Geld. Das sind die Tropho-Hösschen der Triwag, habe ich auch schon mal im Video gemacht, die eigentlich fast alle wunderschön bemollt sind, passend zum Thema. Oder zum Standort, ja, wie man möchte. 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 Das Denkmal des lesenden Mädchens erscheint jetzt etwas unplatziert und unauffällig, hat aber doch einen Sinn gehabt, dieser Standplatz, weil hinter dem Gebäude, in dem Gebäude, was hinter ihr steht, wo jetzt Ergotherapie dann steht, war vor zwei, drei Jahren noch die Bibliothek. Jetzt sind wir am Nürnberger Platz. So wie auf der rechten Seite, zumindest teilweise noch zu sehen ist, da stehen noch ein paar alte Villen, war früher die ganze Straße, auch die Nachbarstraßen, das war ein reines Villenviertel, das Schwarzer Viertel genannt. Und nun sind wir an der Verkehrshochschule Friedrich-List. In der Außenausstellung sind alte Gleisanlagen und Schienenbefestigung zu sehen. Die Fakultät Verkehrswissenschaften beinhaltet ein Institut für Automobiltechnik Dresden, Institut für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik, Institut für Bahnsysteme und Öffentlichen Verkehr, Institut für Luftfahrt und Logistik, Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr, Institut für Verkehrsthelematik und Institut für Wissenschaft und Verkehr. Also eigentlich alles außer Seefahrt, was irgendwie mit Eisenbahn zu tun hat. Ja, ein Teil der Oberbaumbauausstellung am Gerhard-Botterfbau sind die Gleise und dann gibt es noch den Singnallgarten, der 2015 errichtet und zunächst zwei und ab Ende 2017 dann vier Singnalle beinhaltet. Der Gerhard-Botterfbau ist sozusagen das Hauptgebäude. Es gehören noch weitere Gebäude zur Fakultät. Das Uni-Gelände ist ja eine Stadt für sich, wenn man so will. eigentlich riesengroß und nicht nur dieses zentrale Gelände, was hier an der Südvorstadt ist, sondern eigentlich gibt es in ganz Dresden verteilt irgendwelche Gebäude, die immer irgendwas mit der Universität zu tun haben. das Uni-Gelände ist ja eine Stadt für die riesengroße Gäste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und alles was jetzt in meinem Rücken ist, das ist die Südvorstadt-Ost. Dort befinden sich unter anderem auch die Finanzämter und so weiter. Auch noch einige Proganlagen. Vielleicht mal in einem anderen Video. Danke fürs Ansehen. Tschüss, euer Welli.